Natürliche Hilfe bei Verstopfungen Um Verstopfungen zu beseitigen, ist vor allem eine ballaststoffreiche Ernährung und eine Trinkmenge von mindestens 2 Litern am Tag wichtig. Viele Ballaststoffe sind zum Beispiel in Blumenkohl, Brokkoli, Fenchel und Möhren, sowie in Weintrauben, Birnen und Beeren enthalten. Ebenfalls sollten regelmäßig Hülsenfrüchte wie Linsen, Erbsen oder weiße Bohnen und Vollkornprodukte auf dem Speiseplan stehen. Ein frisch zubereiteter Apfelquark zum Frühstück regt auf natürliche Weise die Verdauung an. Reiben Sie hierfür einen gewaschenen Apfel mit Schale in eine Schüssel. Geben Sie 125 Gramm Magerquark, sowie je einen Teelöffel Leinsamen und Honig hinzu und verrühren Sie alles sorgfältig miteinander. Ein bewährtes Hausmittel bei Verstopfungen sind Trockenpflaumen, da diese besonders viel Fruchtzucker enthalten. Legen Sie 4 bis 5 der getrockneten Früchte über Nacht in lauwarmes Wasser ein und essen Sie diese am nächsten Morgen. Weitere Informationen zu natürlichen Heilmitteln finden Sie unter www.heilpraxis.de 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 Untertitelung. BR 2018